Ja, hallo und servus! Heute geht es um die Referenzversiegelung im Nano-Bereich und zwar ist das die 1K Nano von Koch-Chemie. Und zwar ist diese im Gegensatz zum normalen Wachsen eine richtige Versiegelung, die eine kovalente Verbindung mit dem Lack eingeht. Das heißt, die verbindet sich richtig mit dem Lack und bildet dadurch eine UV-resistente, chemikalienresistente Schutzschicht, die natürlich auch ein extra an Glanz bringt. Und zwar kommt das Ganze hier in dieser schönen Box hier und was drinnen ist, ist eben einmal eine hochdichte Aluminiumflasche, wo die Versiegelung selbst drinnen ist, dann ein Schwamm, wenn ihr die Versiegelung manuell auftragen wollt. Als nächstes dieses kleine Dosierfläschchen mit dem Aufsatz hier, der 75 Milliliter enthält und im Generellen sagt man, dass die 75 Milliliter für einen Mittelklassewagen ausreicht. Dann, besonders interessant für Aufbereiter oder Professionelle, die das benutzen, sind eben folgende Dinge. Einmal eben, ja, ganz normal jetzt die Anwendungsanleitung, dann fünf Stück von diesen Flyern, die man, ja, sagen wir mal, ins Kundenauto reinlegen kann mit dem Datum der Versiegelung und den Informationen, wie das Ganze hier funktioniert. Als nächstes so ein Lackschutzzertifikat für den Kunden. Das heißt, hier werden die Daten eingetragen von, ja, vom Kunden selber und die Termine, wo der Lack kontrolliert worden ist. Das heißt, jede zwölf Monate ist es vorgesehen, eben den Lack zu kontrollieren. Und als letztes noch solches Aufkleber, solche Sticker, ja, die man eben irgendwo anbringen kann, damit man weiß, dass das Fahrzeug nanoversiegelt ist. Bevor ihr die Versiegelung aufträgt, ist es ganz wichtig, den Lack gründlichst vorzubereiten, und zwar am Anfang mit einem alkalischen Reiniger drüber zu gehen. Und falls ihr Lackdefekte habt oder euer Lack einfach nicht mehr neuwertig ist, ihn aufzupolieren und Defekte zu entfernen. Wie ihr dies macht, seht ihr in einem Video, das verlinke ich hier im Bild und gebe euch den Link in der Beschreibung an. Falls euer Lack schon neuwertig ist oder ihr die ganze Prozedur schon hinter euch habt, dann solltet ihr mindestens, wenn ihr den Wagen nicht frisch nach der Politur versiegelt, ihn mit einer milden Reinigungsknete abkneten, zum Beispiel hier mit der blauen Reinigungsknete von Koch Chemie, und danach gründlichst zu entfetten. Dazu könnt ihr einen Silikon- und Wachsentferner nehmen, oder wie ich ihn hier habe, 50-50 Mischung von Isopropanol, Alkohol und ganz normalem Leitungswasser. Zum Entfetten nehmt ihr euch am besten eben, wie gesagt, den 50-50 Misch mit Isopropanol und zwei Tücher, und zwar eines natürlich für das Entfetten selber, und mit dem anderen poliert ihr das Ganze nach. Also tragt ihr den Alkohol, den Misch auf, tut den Lack entfetten, und eventuelle Spuren könnt ihr dann mit dem sauberen Mikrofasertuch wieder nachpolieren. So jetzt, wo euer Lack defektfrei ist und komplett entfettet ist, könnt ihr mit dem Versiegeln anfangen, dabei aber aufpassen, dass ihr generell eben Handschuhe anzieht, auch beim Entfetten natürlich, und dass ihr die Umgebungstemperatur von 15 bis 30 Grad einhaltet, dass sich das Ganze richtig aushärten kann und sich verbinden kann. Am besten ist natürlich, dass ihr das Ganze in geschlossenen Räumen führt, wegen der Staubgefahr. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier draußen an der Sonne, an einem Paneel, also an einem Stück von der Motorhaube, und der Rest des Wagens wird natürlich in einen geschlossenen Raum weiter versiegelt. Beim Auftragen solltet ihr ein Paneel nach dem anderen bearbeiten, das heißt also zuerst die Motorhaube, dann das Dach, dann den Kofferumdeckel zum Beispiel, und achtet darauf eben, dass ihr die Flasche, bevor ihr die umfüllt, gut schüttelt und eben diese umfüllt. Danach nehmt ihr die Flasche und gebt euch ein paar Tropfen auf den Schwamm und poliert das Ganze auf den Lack ein, und ihr könnt dann immer wieder etwas Produkt, falls sich das Ganze zu sehr, also zu wenig Produkt ist, weniger, ein bisschen wenig auftragen und einpolieren. Das Ganze poliert ihr nun so lange ein, eben die ungefähr die zwei bis drei Minuten, bis eine, ja, durchgängige Fläche der Versiegelung entsteht. So, wo das jetzt eine deckende Fläche ergibt, lasst ihr das Ganze noch zwei bis drei Minuten ablüften und geht dann mit einem sauberen Mikrofasertuch drüber und poliert dann die letzten Schlieren raus. Und dann lasst ihr noch die Versiegelung ein bis zwei Stunden eben komplett aushärten, dass sich das Ganze richtig verbindet. Vor der ersten Autowäsche solltet ihr aber trotzdem noch drei Tage warten, dass ihr damit das Ergebnis nicht verfälscht. Wie der Wagen nun nach der Versiegelung ausschaut, zeige ich euch jetzt. Das Ganze ist ein paar kilometres. Das geht's. Das war's für heute. Nachträglich zur Versiegelung und der Standzeit von dem 1K Nano, das wird sehr oft nachgefragt, und zwar ist die offizielle Angabe ein Jahr. Ihr könnt die Standzeit aber natürlich verlängern, indem ihr monatlich einmal dieses Nano Magic Shampoo benutzt zur Autowäsche. Und zwar ist das so aufeinander abgestimmt, dass eben durch die Wäsche die Versiegelung immer aufrechterhalten bleibt, dass diese selber auch gepflegt wird. Und das Nano Magic Shampoo ist ja alleine auch, ja, bringt auch einen leichten Lackschutz, das heißt, ja, durch die Verwendung wird das Ganze einfach länger aufrechterhalten. Falls ihr euch also entscheidet, die 1K Nano Versiegelung auf euren Lack aufzutragen, könnt ihr dies bei dem Kochchemie spezialisierten Onlineshop deutsche-autopflege.de machen. Dabei ein herzliches Dankeschön an den Marius, der mir eben das System zur Verfügung gestellt hat, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze funktioniert und was für Ergebnisse ihr dadurch erzielen könnt. Wenn ihr bei dem Onlineshop bestellt und ihr den Gutscheincode volllast, also V-O-3faches-L-A-S-T benutzt, dann bekommt ihr zu eurer Bestellung dieses feine, niederflorige Mikrofasertuch kostenlos zu eurer Bestellung dazu. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr ein kostenloses Abo für meinen Kanal haben wollt, dann klickt einfach unten auf Like und auf Subscribe und besucht mich auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash Vollast-Kanal, wo ich auch andere interessante Dinge rund um das Automobil poste. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann poliert ihr dann zwei bis drei Minuten ein, bis eine durchgängige Fläche ohne Tropfbildung entsteht. Das ist wie ein Blupus. Ja.